Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo und herzlich willkommen zum Tele-Stammtisch. Zur Besprechung von Hokus-Pokus und Hokus-Pokus 2. Ich bin es du und ich hätte jetzt tausende Möglichkeiten gehabt, eine richtig fancy Einleitung zu machen, ein Cold Opening mit irgendwelchen Hexensachen, aber ich bin darauf jetzt heute nicht in der richtigen Stimmung. Aber vielleicht ist es hier Theresia, du Theresia. Servus du. Okay, du bist auch nicht in der richtigen Stimmung, merke ich. Nehmen wir es dann, als ob die Schnelle keine Taursprüche eckfeuern oder keine Flüche. Ich kenne auch eine Mene Mai Flicklos Kartoffelbrei von der besten Hexe der Welt, wie die Vlogswerk, aber die hat mit Hokus-Pokus ja nichts zu tun. Kurz erklärt, Hokus-Pokus ist ein Fantasy-Abenteuer-Komödie-Ruselfilm für Kinder, der von 93 ist und es sogar Anfang 94 in den deutschen Kinos geschafft hat. Den könnt ihr ja gerade aktuell oder wahrscheinlich immer auf Disney Plus sehen. Und es geht darum, dass drei Hexen aus Salem, dieser ganz bekannten Stadt, ich glaube in Neuengland ist es, nach vielen Jahren wiederbelebt werden und da halt für alllei Schabernack sorgen. Wobei Schabernack ist jetzt ein bisschen übertrieben, das klingt so, als würden sie Streiche spielen. Nein, sie trachten den jungen Helden nach dem Leben, denn diese Hexen wollen jung bleiben. Und das erreichen sie dadurch, indem sie Kinder anzapfen. Theresia, unter uns, wir beide sind ja so eine Generation. Wie oft hast du schon gedacht, hm, wenn ich ein Kind esse, bleibe ich jung vielleicht? Bisher noch gar nicht, aber danke für die Idee. Was soll ich dazu sagen? Ich dachte mir, wenn wir diesen Podcast schon einleitungstechnisch total versauen, dann machen wir es auch richtig. Hättest du mir sagen, bevor ich bei Kati war? Verdammt, ja stimmt. Gruß an die Kollegin aus Österreich, aber die schmeckt eh nicht. Wir beide haben uns ja auch zusammengefunden, jetzt nicht nur, weil wir den zweiten Teil vorab sehen konnten, dazu halt gleich später mehr, sondern auch, weil wir den ersten Teil sehr schätzen. Warum bist du Fan des ersten Hokuspokus? Es ist irgendwie so ein Kindheitsfilm. Ich meine, er ist von 93, also ist etwas jünger als ich, sage ich jetzt mal. Und ich habe den halt, weiß ich nicht, ein paar Mal als Kind, als Jugendliche gesehen. Und der hat halt irgendwie, ja, ich würde nicht sagen, er ist gruselig oder unheimlich, aber er hat natürlich schon so ein paar Momente, wo du als Kind eventuell erschreckst. Aber es hat halt immer nur so was, wie soll ich sagen, so was Nettes, so was Familiäres. Ja, er hat so was, finde ich auch, er hat so was Uriges und vor allem, er kommt aus so einer Zeit, wo man sich noch getraut hat, Kindern im Film Angst zu machen. Und es gibt ja diesen Film Hexen, Hexen mit der Jessica Houston, der eigentlich ganz famos ist, wie ich finde, aber der halt mich als Kind damals so komplett traumatisiert hat. Und das ist auch ein Film. Den fand ich als Kind echt sehr gruselig. Also wirklich durch die Szene, wo sich die dann in die Gesichter abziehen und du dann in die in echt sitzt, das finde ich tausend, also das fand ich als Kind tausendmal gruseliger als jetzt hier Hokuspokus ein. Und Hokuspokus ist da wesentlich gemäßigter. Trotz allem gibt es da auch wirklich Momente, wo ich das Gefühl habe, okay, es wird wirklich versucht, jetzt Kindern so ein bisschen so einen Schauder über den Rücken zu jagen. Also eine Art Gruselstimmung zu etablieren, die man aber natürlich immer und immer wieder ein bisschen auflockert. Es gibt zum Beispiel einen Untoten namens Billy, der durchaus auch gruselig ist am Zubeginn, der dann aber relativ schnell sich als sehr netter Kerl herausstellt. Auch das Thema Tod wird thematisiert. Es gibt mehrere Stellen in dem Film, wo eine Figur scheinbar stirbt oder sogar wirklich stirbt und dann halt nur mit Magie wiederkommt. Das ist alles schon starker Tobak für die ganz kleinen Kinder. Aber ich weiß noch, ich war glaube ich damals 10 oder 11, als der rauskam, den ich je gesehen habe. Ich fand den wirklich toll damals. Und jetzt habe ich ihn nach langer Zeit nochmal gesehen. Und ja, ich finde, er hat schon ein bisschen Staub angesetzt. Aber trotz allem ist der erste Hokuspokus ein Film. So eine Art Film wird heutzutage, finde ich, gar nicht mehr gemacht. Es war irgendwie so, es hat so Sonntagnachmittag Kinderprogramm mäßig. Da gab es ja mehr so Filme irgendwie aus den 80er, 90ern, die du da halt schön nachmittag kurz anschauen können. Ja, es gab halt eben in dem Film, wie du gesagt hast, den Billy, der halt hier dieser wiedererweckte Tote ist. Aber er war schon irgendwie gruselig anzuschauen. Aber er ist halt auch mehr oder weniger am Anfang immer so durchs Bild gestolpert. Und das hat es halt wieder irgendwie komisch gemacht oder so, dass man halt vielleicht nicht unbedingt so komplett versteckt von dem ist. Weil die, so jetzt mal, Fiesen immer so ein bisschen durch den Film ja immer wieder reingelegt worden sind oder halt manchmal so als nicht die Hellsten dargestellt werden. Von daher war das immer noch so, dann wieder so eine Abmilderung. Und es war halt irgendwie so ein gemütlicher Sonntagnachmittag-Film. Was ich ja besonders stark finde an dem ersten Hokuspokus ist, wenn man so will, die Einleitung der Prolog. Die Etablierung der drei Hexen, die gespielt werden von Bette Midler, Sarah Jessica Parker und Kathy Najimy. Wir sehen halt, wie sie ein kleines Mädchen entführen und ihr das Leben aussaugen. Und der Bruder kommt dann noch dem Mädchen zur Hilfe und wird dann noch verwandelt in eine Katze. Also es hat eine gewisse Art von Garstigkeit, aber nicht zu schlimm. Und vor allem, durch diese Etablierung der Hexen zu beginnen, wirken die auch immer ein bisschen bedrohlich. Nicht so richtig komplett bedrohlich. Also nochmal als Beispiel Angelica Houston in Hexen, Hexen. Die war halt einfach nur furchterregend. So weit geht es bei den drei Hexen hier nicht. Trotz allem weiß man immer, wenn die auftreten, die sind eine Gefahr für unsere Helden. Das tut dem Film gut. Also man hat, zumindest ging es mir als Kind so, ich hatte nie das Gefühl, dass unsere Helden immer sicher sind. Das hat immer so eine Art Grundspannung erzeugt. Ich war auch wirklich jetzt bei der erneuten Sichtung des Films, ich habe den wirklich jetzt jahrelang nicht gesehen, durchaus wieder angetan. Auch natürlich, wenn ich sagen muss, nicht alles ist gut gealtert. Definitiv. Also ich mochte den jetzt auch, wo ich den wieder gesehen habe, auch so diese, so scheinbar die Geschichte wiederholt sich, weil die neuen Protagonisten, also die, die aus Versehen die Hexen wiederbeleben, sind ja auch ältere Brüder, jüngere Schwester, wo dann die Schwester eben in Gefahr ist und beschützt werden muss. Das ist halt auch noch mal dieser familiäre Touch, finde ich. Und ja, so wie halt eben die Hexen untereinander sind, sind die halt auch, tragen die halt auch zur Komik des Films dabei. Aber wie du gesagt hast, man weiß immer, wenn die in der Nähe sind, dann muss man den Jugendlichen schon irgendwie die Daumen drücken, dass alles gut geht. Und was mir jetzt erst aufgefallen ist, jetzt wo ich schon fast 40 bin, ist, dass der Film, den kann man perfekt beschreiben, nämlich, stellt euch einfach vor, der Regisseur der Highschool Musical Trilogie und der Produzent von den Chucky-Filmen haben einen Film gemacht. Und das ist Hokus Pokus. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Aber ich finde, du merkst halt, gerade beim Drehbuch, da hat auch ein McGarris mitgeschrieben, den horroraffine Natur sollten den Namen kennen. Das heißt, du merkst auch wirklich, dass da Leute am Werk waren, die auch wirklich Horror-Erfahrung haben und auch wissen, wie man sich im Genre aufhält. Und dann halt eben mit dieser Regie, Kenny Ortega hat den Film gedreht, der halt, wie gesagt, später dann Highschool Musical gemacht hat. Ich finde, das ist eine Mixtur, die auf dem Blatt Papier sehr weird und sehr unbrauchbar klingt. Aber zumindest vom ersten Teil, finde ich, geht das größtenteils auf. Auf alle Fälle, muss gestehen mir, ich habe mich jetzt mit den Hintergründen und mit den Namen nicht so sehr beschäftigt und bin da nicht so vertraut. Aber ja, also ich hatte ein paar Probleme jetzt, aber bei der erneuten Zweitsichtung ist ja untertrieben. Aber ja, so ein paar Stellen merkt man, dass dann sich die Machart von Filmen doch etwas weiterentwickelt hat. Aber wie gesagt, also ich kann ihn immer noch anschauen mit den Augen eines Kindes. Das ist sehr schön. Also würde ich sagen, wir beide würden immer noch eine Empfehlung aussprechen für den ersten Hokuspokus. Definitiv. Dann würde ich mal sagen, kommen wir mal dann zum zweiten Hokuspokus, der exklusiv auf Disney Plus erscheint, wo auch sonst. Und das am 29. September. Und ja, wir haben lange darauf gewartet. Und bevor wir jetzt darüber reden, wie wir ihn fanden, Theresia, kannst du kurz sagen, worum geht es im zweiten Teil? Boah, es geht um die Dresenderson-Hexen und die werden aus Versehen wiederbelebt. Ja, das nenne ich mal pragmatisch. Das ist auf den Punkt gebracht. Nee, ist aber so. Also natürlich gibt es da noch ein paar andere, sag ich mal, Details, Feinheiten. Natürlich. Dieser Film, ich sage es gleich vorweg, hat für mich nicht funktioniert. Es liegt an einer Sache und ich glaube, wenn ich das jetzt laut ausspreche, werde ich wahrscheinlich gecancelt. Und das wahrscheinlich auch mit Recht. Aber ich finde, dass dieser Film unglaublich mit viel Zwang und Druck versucht, einem klarzumachen, hey, diese drei Hexen, das sind zwar Frauen, aber es gibt ja auch gute Frauen. Weil das wird ja im ersten Teil gar nicht behandelt. Das sind einfach drei Hexen und Hexen sind nun mal Frauen. Es gibt natürlich auch Hexen und Zauberer. Aber es ist ja wirklich so, dass dieses, sag ich mal, dieses urige mystische Bild von der Hexe ja meistens wirklich negativ konnotiert ist. Außer es ist jetzt Bibi Blocksberg oder Bibi und Tina. Ist Tina eine Hexe? Ich weiß es gar nicht. Ist ja egal. Musst du unsere Expertenfrau, ich könnte nicht beantworten. Und ich fand, dass der zweite Teil jetzt alles versucht, halt zu zeigen, hey, es gibt auch, es gibt auch, Frauen können auch Helden sein. Was ja auch alles richtig ist und stimmt. Aber es wurde so zwanghaft reingepresst, dass ich weder die Heldinnen wirklich mochte, das waren nämlich für mich keine Figuren, mit denen ich mitfiebern konnte, das waren für mich Abziehfiguren, noch die Hexen wirklich. Weil die waren auch so aufgeweicht. Ich fand, dass die Sanderson-Hexen im zweiten Teil hatten für mich nichts mehr Bedrohliches. Und das lag nicht nur daran, weil der Film uns wesentlich mehr erzählt, wo sie herkommen und warum sie sonst wie sie sind. Ja, ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich jetzt in dem Film drin war, sage ich jetzt mal. Also ich mochte eigentlich die Heldinnen, sage ich jetzt mal, schon. Aber ich fand eigentlich manche Szenen sehr komisch, oder wo ich jetzt nicht wusste, ob man da jetzt irgendwie krampfhaft auf lustig machen wollte, zumindest wie sie da an den Supermarkt näher gegangen sind. Und dann hat hier automatische Türen, Überraschung. Das hat für mich jetzt geschwärft, also ich wusste nicht, soll ich das jetzt als Komödie sehen oder immer noch als Gruselfilm oder ich war so hin- und hergerissen. Ja, also als Gruselfilm habe ich ihn tatsächlich gar nicht mehr angesehen. Ich fand, da war nichts Gruseliges mehr bei. Das muss man auch sagen. Ich fand, dass du gemerkt hast, dass sie sich da nicht mehr getraut haben, also zumindest ein bisschen zu versuchen, Kinder geeigneten Horror zu integrieren. Das alles wirkte auf mich wirklich mehr wie so ein, ja, wie so, es gibt so eine Filmreihe, glaube ich, die heißt Halloween Town, meine Oma ist eine Hexe. Daran hat es mich mehr erinnert, als wirklich an den Hokuspokus aus Anfang der 90er. Oder von Anfang der 90er. Ja, ich finde schon, also von der Optik her, finde ich, hat er manchmal schon gute, ja, wie soll ich sagen, Horrorfilmbilder irgendwie gehabt, oder wo du dann vielleicht diese Stimmung transportieren, es keine. Aber, ja, das Drumherum hat es dann aber nicht geschafft, das wieder zu spiegeln, was mir die Umgebung suggerieren wollte. Ja, ja. Ich fand die Geschichte auch irgendwie ein bisschen arg überkompliziert erzählt. Der erste Teil war ja relativ einfach gehalten. Und beim zweiten, ich glaube, es lag einfach an den Figuren, weil die meisten Figuren mir halt eben wirklich total egal waren, habe ich mich auch nicht richtig damit beschäftigt, was da jetzt die Phase ist. Und irgendwann habe ich auch Figur A mit Figur B verwechselt. Und irgendwann war ich komplett raus. und irgendwann war mir das alles auch relativ Wumpe, was da passiert. Ich muss sagen, also ich bin dann, ich gehe vielleicht manchmal mit ein bisschen zu viel Logik hin. Ich habe mich sowieso gefragt, wieso konnten die jetzt überhaupt wiederbelebt werden? Weil so gefühlt nach Teil N so zu kursen, ja, wenn wir diese Nacht nicht schaffen, dann war es das für immer. Überraschung war es nicht. Okay, kann ich noch irgendwie mit leben, aber ich habe auch nicht so ganz verstanden, also es war ja in dem Teil so, dass die, wo dafür verantwortlich waren, die das ja nicht unbedingt gewollt haben. Und da hatte ja noch jemand anders die Finger im Spiel. Aber ich habe eigentlich ganz verstanden, wie der auf den Gedankenkummer ist, das zu wollen. Also die Beweggründe konnte ich nicht so ganz nachvollziehen. Also es war echt schwierig, die Story irgendwie für vollzunehmen. Ja, dazu muss ich auch sagen, hat es mich gestört, dass die Hexen wirklich eigentlich fast nur komplett nur noch Comic Reliefs waren, die dann halt ab und zu noch ein bisschen singen durften. Aber es gab nie wirklich halt so das Gefühl, dass ich jetzt spüre, dass da wirklich eine Gefahr von denen ausgeht. Das war mir alles auch viel zu albern. Du hast ja schon gesagt, diese Szene da mit der Tür, wo ich auch sage, ganz ehrlich, ich meine, das ist auch nur eine Nachäffung der Gags aus dem ersten Teil. Wenn Sie im ersten Teil halt das erste Mal so eine asphaltierte Straße sehen zum Beispiel. Es ist leider alles ziemlich faul. Was man dem Film geben muss, ist, dass er eine hübsche oder eine schöne Botschaft hat für junge Kinder oder vor allem auch junge Mädchen, junge Frauen. Aber ich hatte halt von Hokus Pokus 2 erwartet, dass er mir wieder so ein kinderfreundliches Gruselfest beschert, das durchaus auch lustig ist, wo halt sich Bedrohung und Spaß so ein bisschen die Waage geben. So ein schön gutierbarer, wie du schon gesagt hast, Sonntagnachmittagfilm. Und ich muss ehrlich sagen, Hokus Pokus, ich glaube, der hätte bei mir funktioniert, wenn ich zwölf Jahre alt gewesen wäre. Aber das bin ich nicht mehr. Ich bin ja mittlerweile fast doppelt so alt. Ja, das stimmt. Also ich muss auch sagen, ich habe ja eben am Tag davor den ersten Teil auch geschaut und der hat mir wieder, das kann natürlich auch die Sentimentalität sein, dass ich heute den Film als Kind öfters gesehen habe, aber auch der neue Film, ich habe den schon, mit mir, dass er der moderner gehalten ist. Da war halt dann schon wieder die neue Technik, sage ich jetzt mal, auch wenn ich jetzt hier so an, naja, keiner hat mehr Besen, sondern nur noch Saugroboter. Kann für Echsen problematisch werden, wenn es keine Besen mehr gibt. Das gestehe ich dem schon zu und dass er halt von der Optik her auch natürlich anders ist als wie der von damals, aber ja, er hat mir nicht auch das gleiche Gefühl vermittelt wie der alte. Kann natürlich jetzt erst mal, wie du sagst, wir sind halt deutlich älter als wahrscheinlich das Zielpublikum. Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, das Schöne am ersten Teil ist halt, dass ich wirklich davon überzeugt bin, dass das ein Film ist, da kann halt jung und alt halt seinen Spaß draus ziehen. Und bei Hokus Pokus 2, also wenn ich den jetzt, sage ich mal, mit den Kindern von meinem Kumpel sehen würde, die hätten garantiert ihren Spaß. Das will ich gar nicht bestreiten, aber ich glaube, für mich wäre das einfach nur, dass ich da 100 Minuten sitzen würde und mir denken würde, so war der erste Teil wahrscheinlich echt besser. Ja, aber ich muss auch sagen, also ich hatte irgendwie Spaß bei dieser, wo es natürlich auch wieder kam, war dann die Gesangseinlage und ich muss sagen, die hat mir aber in dem Teil aber auch gefallen. Gut, bei Musicals oder immer wenn Leute anfangen zu singen, bin ich meistens raus. Das war auch bei dem Film nicht so, bei dem Film war es genauso, aber das ist ja nicht so schlimm. Das sind so drei, vier Minuten und dann ist gut. Ja, das ist jetzt kein Musicalfilm, das ist halt nur so zwischendurch reingeschoben. Aber ich fand es schön, mir hat es gefallen. Ich muss auch sagen, ich finde den optisch ist der okay. Ich finde, der sieht jetzt nicht unbedingt nach Kino aus, aber da muss man ehrlich sagen, auch die erste sah nicht unbedingt nach Kino aus. Ich glaube, dass der bei Disney Plus schon recht gut aufgehoben ist und genau wie du habe ich den ersten und den zweiten relativ zeitnah hintereinander geguckt und ja, also wer Bad Midler-Fan ist, der sollte da auf jeden Fall mal reingucken, weil die werte Frau macht ja nicht mehr so viel auf dem Bewegtbildsektor, sage ich mal, was ich schade finde und von daher, ja, wenn ihr Disney Plus habt und ihr habt Kinder und es ist ja auch bald Halloween, dann könnte sich so ein Hokuspokus-Doppelfeature durchaus anbieten. Ich will ehrlich sein, wenn ich mal wieder Bock habe auf Hokuspokus, ich glaube, dass ich den zweiten Teil dann eher auslassen werde. Ja, vielleicht gibst du mir irgendwann nochmal eine zweite Chance, aber ja, kann ich dir nur zustimmen, also Familien, Popcorn, Sonntagnachmittag, sich die beiden Filme anschauen, das ist top. Ich fasse es mal wie folgt zusammen. Wir beide sind immer noch durchaus angetan vom ersten Teil, auch wenn der ein bisschen Staub angesetzt hat und der zweite Teil ist für Jüngere bestimmt ganz nett, aber für uns ist es nix. Genau. Mehr kann ich dem jetzt auch nicht hinzufügen. Ja, würde ich jetzt einmal so sehen. Ich glaube, da sind wir uns ausnahmsweise mal einig. Ach, wunderbar. Dann hat dieser Podcast ja doch noch etwas Gutes. Wir sind uns einig. Gut, dann sind wir hier fertig. Dann bleibt mir noch übrig zu sagen, denkt dran, den Tele-Stammtisch findet ihr im Internet, wo auch sonst, auf tele-Stammtisch.de, außerdem bei Social Media, Twitter, Facebook, Instagram und danke an dich, Theresia, dass du mit dabei warst heute. Ja, ist ja gerne, ihr habt mich gefreut, wie immer. Dann sage ich nur Tschüss und viel Spaß noch im Kino oder auf den Streaming-Seiten oder wo auch immer auf der Welt. Tschüss. Bis bald. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.